Danke, dass ihr heute in Ost des schlechten Wetters gekommen seid. Wir sind die Krise, aber wir setzen ein Zeichen gegen den islamischen Pferd auf und die wahnsinnige Politik, die ihn nach Europa gebracht hat. Wieder müssen zahlreiche Menschen sterben, weil fanatische Psychopathen den Dschihad zu uns bringen. Und sie tun es weiterhin durch die offenen Grenzen, durch den Asylwahnsinn, durch den Missbrauch unserer Gesetze, durch eine verrückte politische Kaste, die unser eigenes Volk vergessen hat. Ich bitte euch jetzt, eine Minute still zu sein und der Treppen zu bedenken. Silenzium Triste. Silenzium Hex